Das sind meine Leicas. Alle drei sind hervorragende Kameras, mit denen man tolle Bilder machen kann. Aber selbst die beste Kamera ist vollkommen nutzlos, ohne gute Objektive. Leider sind viele Objektive für die Leica Kameras unfassbar teuer, aber es gibt günstige Alternativen. Sprechen wir drüber. Nach dem Intro geht's los. Herzlich Willkommen zurück zu Ars Analog, dem YouTube-Kanal zur Filmfotografie in Zeit der alte Megapixel. Mein Name ist Dominik und jeden Freitag bringe ich euch hier um 18 Uhr ein neues Video zum Thema. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keines dieser Videos zu verpassen. Heute sprechen wir über Objektive, die ihr mit euren analogen Leica Messsucherkameras nutzen könnt. Dabei steht Leica im Grunde stellvertretend für andere Hersteller von Messsucherkameras, die man gegebenenfalls mit den gleichen Objektiven nutzen kann. Es gibt zahlreiche Gründe, warum man Messsucherkameras im Allgemeinen oder Leicas im Speziellen nutzen möchte. Ein Grund, warum mein Leica M zu meinen absoluten Favoriten gehört, ist, dass man hervorragende Objektive daran nutzen kann. Leider Gottes haben aber die besten Objektive auch ihren entsprechenden Preis. So kosten moderne Objektive von Leica gerne mal mehrere tausend Euro, aber auch von anderen Herstellern wie Wugtländer oder Zeiss ist man im hohen dreistelligen Bereich, wenn man gute und vor allem moderne Objektive nutzen möchte. Die Fotografie mit Messsucherkameras von Leica ist aber auch jenen vorbehalten, die einen etwas kleineren Geldbeutel haben, so wie ich selbst auch. Deswegen zeige ich euch heute 10 günstige Objektive, die ihr an einer Leica M Messsucherkamera nutzen könnt. Sprechen wir von günstigen Messsucherobjektiven, dürfen wir auf keinen Fall die Indostar und Jupiter Objektive außen vor lassen. Das hier ist ein Indostar 22. Das ist ein 50mm Objektiv mit einer Lichtstärke von f durch 3,5. Das ist das Standardobjektiv von der Sorki 1. Optisch erinnert das an das Elma 50 von Leitz. Optisch ist es aber eine Kopie eines Tessa Objektivs von Zeiss. Hier vorne haben wir die Blende, die wir am vorderen Ring einstellen können. Das Ganze ist ein bisschen schwierig, da den passenden Filter zu finden, weil man hier auf den geringen Innendurchmesser achten muss. Es gibt Aufsteckfilter, die allerdings dann den Zugang zur Blende nicht mehr erlauben. Deswegen schwierig. Aber das ist ein Objektiv, das relativ günstig und überraschend gut ist mit einer Brennweite von 50mm. Etwas lichtstärker mit einer Blende von f1,5 ist dieses Jupiter 8. Das ist ein relativ spaßiges Objektiv, das man gut als Alternative zum Summikron 50 nehmen kann. Natürlich ist es nicht so scharf und hat ein paar Abbildungsfehler mehr. Dafür ist das unfassbar günstig. Dieses Summa 50 hier hat ebenfalls eine Lichtstärke von f1,5 und eine Brennweite von 50mm und ist sogar ein Original-Lights Objektiv. Das Summa ist ebenfalls ein 50mm Objektiv, hergestellt von Lights, noch aus den Vorkriegsjahren. Ab 1949 wurde das ersetzt durch das Summitar und später durch das Summikron. Man kann das ebenfalls zusammenschieben. Hat eine Lichtstärke von f1,5, glaube ich, habe ich schon gesagt. Und macht nicht ganz furchtbar scharfe Bilder. Allerdings gibt das den Fotos, die man damit macht, einen unglaublich verträumten, klassischen Look auch. Hier muss man aufpassen. Die Objektive, die man so zu kaufen kriegt, haben oft Pilz oder Nebel. Man kann die allerdings relativ leicht öffnen und reinigen. Leider Gottes sind die Linsen relativ weich, deswegen haben die oft sehr viele Kratzer. Das letzte 50mm Objektiv, das ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Das ist auch gleichzeitig das modernste. Nämlich das Seven Artisans 50mm mit einer Lichtstärke von f durch 1,1. Das Seven Artisans 50mm mit einer Lichtstärke von 1,1 gehört zu den Objektiven, die ich nicht müde werde zu loben. Einfach weil es bei anderen Herstellern einfach unmöglich ist, so günstig ein so hochqualitatives Objektiv zu bekommen. Zugegeben, das Ganze ist bei 1,1 kaum nutzbar. Richtig schön werden die Fotos erst mit einer Blende von 1,4. Aber dafür ist das mit einem Preis von 350 Euro neu, ich habe 250 Euro gebraucht, dafür bezahlt, auch unschlagbar günstig. Gerade im Vergleich mit den Objektiven von Wugtländer für 800 Euro oder von Leica dann für mehrere tausend Euro. Die nächsten beiden Objektive, die ich euch zeigen möchte, sind diese hier. Das ist einmal das Elmer mit 90mm und einer Lichtstärke von f, viertel. Und das Hector 135mm mit einer Lichtstärke von f durch 4,5. Leica Fotografen neigen dazu, 50mm oder 35mm Objektive zu nutzen. Auch wenn die Kameras für längere Brennweiten zum Teil ausgelegt sind. Zum Beispiel hier für das 90mm Elmer mit einer Lichtstärke von f, viertel oder hier 135mm mit dem Hector. Die Leica M4P, die ich nutze, hat Leuchtrahmen dafür. Beide Objektive kann man allerdings auch hier am Visoflex nutzen, um mit dem Spiegelkasten beispielsweise Makroaufnahmen machen zu können. Das 90mm Objektiv und erst recht das 135mm Objektiv machen es einem nicht unbedingt leicht, damit zu fokussieren. Die haben eine sehr geringe Tiefenschärfe, was sie wiederum dann gut macht für fotografische Projekte wie Portraitfotografie oder ähnliches. Man muss allerdings sehr, sehr genau fokussieren. Da diese bei Leica Fotografen nicht sonderlich beliebt sind, bekommt man beide Objektive locker für unter 100 Euro. Wenn wir jetzt wieder weitwinkliger werden, beginnen wir mit diesem Lomo T43 mit 40mm Brennweite und einer Lichtstärke von f, viertel. Ursprünglich ist das verbaut an der Smanner Symbol und anderen Smanners. Man kann über relativ leichte Modifikationen das Objektiv aus der Smanner ausbauen und hier in einen Fokusgang von dem Illustrar 61LD einsetzen. Das Ganze fokussiert perfekt auf unendlich, weil die Smanner das gleiche Auflagenmaß hat wie die Schraub-Leicas und damit funktioniert das gut. Aber mit einem einfachen Adapter kann man das dann beispielsweise an die Leica CL adaptieren. Die ist ja ausgelegt auf 40mm Objektive. Sicher ist das Objektiv nicht so gut und er ist auch nicht so lichtstark wie das Summicron C mit 40mm von Leica. Aber das ist trotzdem ein Objektiv, das Spaß macht. Das Problem ist nur, mit 40mm ist das so eine Brennweite, die nicht besonders weitwinklig oder nicht besonders tele ist, sondern irgendwo dazwischen als Normalbrennweite. Für eine Normalbrennweite im Alltag ist mir das allerdings nicht lichtstark genug, sodass ich das relativ selten nutze. Außerdem, man sieht es vielleicht hier in der Mitte, ist irgendwie ein Partikel zwischen den Linsen. Schönes Objektiv, aber ich nutze meins trotzdem aktuell nicht wirklich. Dieses 35mm mit einer Lichtstärke von f halbe ist wiederum eines der modernen Objektive, die ich besitze. Das 35mm f halbe von Seven Artisans für die M-Kameras gehört aktuell zu meinen absoluten Favoriten. Das Objektiv ist hervorragend und solide gefertigt. Die Optik ist super scharf und 35mm wird immer mehr zu meiner bevorzugten Brennweite. Dazu kommt, dass es im Bereich 35mm für Messsucherkameras nicht so viele Optionen gibt, die wirklich bezahlbar sind. Noch etwas weitwinkliger mit 32mm ist dieses Miniter 1 von Lomography. Das Lomo Miniter 1 von Lomography ist ein super witziges Objektiv, weil das unglaublich flach ist. Man sieht hier, das steht vielleicht 2cm über dem Bayonettring heraus und wird hier über den Hebel fokussiert. Aber man kann den Zonenfokus hier nehmen, das rastet ein. Das Ganze ist aber auch Messsucher gekoppelt und einfach unglaublich flach, wenn man das an einer M-Kamera angebracht hat. Das Miniter 1 ist das Objektiv, das in der LCA verbaut ist bzw. in der LCA Plus mit 32mm und einer Lichtstärke von 2,8. liegt die absolute Stärke des Objektivs einfach an dem geringen Profil, wie man hier sieht. Trotzdem ist das kein schlechtes Objektiv und der schlechte Ruf, den Lomo und Lomography in der Welt der Fotografie hat, wird weder die LCA noch dieses Objektiv gerecht. Das Ganze ist, ich wurde es schon öfter gefragt, es ist ein Glasobjektiv, kein Plastik, sondern Glas, solides Metall und wirklich auch hervorragend gefertigt. Und last but not least haben wir hier von Vogtländer das Super Helia mit 15mm und einer Lichtstärke von f durch 4,5. Das Vogtländer 15mm Super Wide Helia mit einer Lichtstärke von 4,5 ist ein sehr extremes Objektiv. Das ist ein super Weitwinkelobjektiv, das so weitwinklig ist, dass man aufpassen muss, dass die eigenen Füße oder Finger oder so nicht mit im Bild sind. Dabei ist es aber kein Fischaugenobjektiv, kein Fischei, sondern bildet die Motive rektilinear ab. Das heißt, Linien werden nicht gekrümmt, sondern bleiben gerade. Und das ist ein unglaublicher Look, der sehr schwer nur mit Spiegelreflexkameras hergestellt werden kann. Die müssen dann die Objektive zusätzlich korrigieren, wodurch die Objektive größer werden. Das ist wirklich ein hervorragendes Meisterwerk der Technik. Ich habe für meine Kopie 350 Euro bezahlt, neu. Dazu kommt der externe Sucher, den man sich irgendwie dazu noch kaufen muss, separat. Anders als bei Digitalkameras, für die Objektive heutzutage ja ausgelegt sind, hat man bei einer analogen Kamera natürlich relativ schwer den Überblick, wie weitwinklig das Ganze ist. Und man unterschätzt das sehr, sehr leicht. Deswegen lohnt es sich da, wirklich in den externen Sucher zu investieren, auch wenn er hier so speckig ist wie meiner. Das war es schon wieder für heute. Danke fürs Zusehen, fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch bitte ein Abo da, zumindest aber ein Like. Das würde mich sehr freuen und unterstützt den Kanal ungemein. Ansonsten gibt es einige ältere Videos, die du dir gerne anschauen kannst. Da ist sicher was dabei, was dir gefällt. Ansonsten sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr wollt. Nächste Woche. Macht's gut und ciao.